Ja, hier sind wir jetzt auf der NUFAM 2023. Also wir haben die tolle Möglichkeit, schon seit Jahren hier mit Aussteller zu sein. Wir sind auch im Beirat tätig. Als langjähriges Karlsruher Unternehmen ist uns natürlich das die beste Plattform in der Branche, hier neue Kontakte zu knüpfen, Netzwerke auszubauen. Der Vorteil ist, dass es eine sehr familiäre Zusammenarbeit ist, auch mit den großen Herstellern, die alle hier sind. Und von dem her ist es für uns mit einem starken Team, heute neue Kunden zu gewinnen und unser Netzwerk auszubauen. Das ist unser Ziel heute. Wir sind der unabhängige Anbieter für Reifen, Räder und Serviceleistungen für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte. Unsere geschulten regionalen Produktberater unterstützen Sie gern bei der Wahl der optimalen Bereifung und Räder für Ihre Bedürfnisse. Ob Rasenmäherreifen oder Hochleistungsreifen für Schlepper. Wir sind Ihr Partner. Im Bereich OTR-Reifen ist es wichtig, einen Partner mit dem richtigen Know-how an seiner Seite zu haben. Wir bieten Reifen für jeden noch zu anspruchsvollen Auftrag. Für Baumaschinen im Steinbruch, im Hoch, Tief- oder Bergbau, bis hin zum Recycling. Wir sind für Sie da. Pneuhaake Fleet Solutions ist die überregionale Dachmarke der Pneuhaake Unternehmensgruppe. Einer unserer Hauptaufgaben besteht darin, Vertriebsprozesse zu steuern und zu lenken. Das ist vollkommen digitalisiert und automatisiert. Und das vor allem für alle Fahrzeugsegmente mit einheitlicher Rechnungsstellung. Als industrieunabhängiger Reifenhändler vertreiben wir alle gängigen Premium-Marken. Unter anderem haben wir aber auch Exklusiv-Marken wie die Marke Westlake. Westlake wird in Asien produziert mit dem Know-how von Europa. Wir agieren bundesweit und flächendeckend für den Bereich Industriereifen, insbesondere für Gabelstaplerreifen und Reifen für Flurfördertechnik. Ein Team von Produktspezialisten berät und betreut dabei unsere Kunden kosten- und zielorientiert. Die Premium-Lkw-Reifenerneuerung bildet bei Pneuhaake seit über 30 Jahren das Herzstück im Lkw-Reifensortiment. Mit ihr können wir unseren Kunden eine sichere und nachhaltige Alternative zu Neureifen bieten und helfen unseren Kunden, ihren ökologischen Fußabdruck zu optimieren.